Ich glaube, das müsste letztes Jahr das Splash-Festival gewesen sein. Das letzte Konzert, also bei mir war es auf jeden Fall von unserem Kollegen und Freund Ansu. Ansu war es. Musiker aus Hamburg, Rapper aus Hamburg. Wo war das? Übel und gefährlich, ja. Basar Bizarre bei den Deichsacherhallen. Die Fantastischen Vier-Konzerte. Mein Staatsoper in Hamburg. Wir waren jetzt gerade am Dienstag in Hamilton, in dem Musical. Eine Lesung, ja, vor zwei Wochen. Das Museum von Kunst und Gewerbe.